moin und herzlich willkommen zurück in volkanoids so gerade ist wieder der vulkan ausgebrochen ausgebrochen vulkan ausbruch in 0 sekunden herzlich willkommen schön dass du wieder mit dabei bist und es geht weiter mit diesem kleinen aber feinen game wir sind unter tage schon mal eben hier auf die karte ich bin gestern hier runter und schon ist es neu gespawnt alles so was war das hier handwerksbetrieb ok oder steht ein schiff sieht jetzt nicht aus als wird da ein schiff stehen das ist wahrscheinlich einfach nur die das symbol für das handwerksbetrieb aber das sieht doch eher aus wie so ein drill chip oder soll das ein kessel sein könnte natürlich auch sein aber ich muss mich mal heilen glaube ich das habe ich schon in der hand das habe ich auf die vier gelegt grünes spray ok und wieder voll gut soviel dazu dann mal eben schauen ich habe immer noch nicht herausgefunden wie ich die pistolentürme beladen ich weiß es ist wahrscheinlich wirklich aber ich habe also einfach keine ahnung wie die dinger beladen werden ich wollte einmal kurz mit f1 nachlesen so gehen wir mal auf basics abbauen ach guck mal es gibt also kupfererz schwefelerz kohle kupferschrott reparatur ja ist klar werde mit dem schraubenschlüssel wandersatz sorge dafür dass du eine ersatzwand im rucksack besitzt aha ok schadensreparatur warum im rucksack der reparatursatz verliert dabei strukturpunkte wenn der reparatursatz aufgebraucht ist kannst du neue herstellen ja alles klar steuerung wasd habe ich mir natürlich umgelegt als linkshänder alles klar wert struktur drehen auftrags logbuch l ktm module werte finden sich an vielen stellen im spiel anzahl der für ein ausgefahrenes modul erforderliche kernplätze ach kernpunkte zeigt an wie stabil fertigung rüstung energie wenn man im energiemenge der erzeugten energie maximale energie dem kern gespeichert werden kann das heißt ja da kann ich jetzt natürlich dual chip wurde bereits von der eigenen mannschaft übernommen ach so ok da habe ich jetzt keine informationen zum kern gut charakter equipment munition standard munition für revolver pistolentürme entdecke objekt der stufe drei aus dieser kategorie um mehr darüber hinaus zu finden ja waffen oh railguns ok da werden ja noch einige sachen dann auf uns zukommen werkzeug stufe eins also das ist mir einfach ein rätsel das ist doch die kontrolleinheit hier jetzt zeigt ja sowieso nichts an weil es leer ist mal gucken was er sagt kann ich hier auftauchen ja ok da steht ok da ist richtig was los dann müssen wir das sofort verteidigen jetzt hier ladestelle ist von einem drillchip besetzt weder einen anderen ort ok also doch gut dann fahren wir mal hier runter erst mal hier unten kann ich die türme jetzt sowieso nicht aufladen schacht zwischen ebene 1 und 2 ok also ich wagen mich jetzt noch nicht auf ebene 2 und ich komme ja hier durch die lava auch nicht durch vielleicht sollten wir erst mal schauen was wir noch alles eingesammelt haben ja das also ich werde da ganz bestimmt nicht versuchen durchzufahren ich denke mal wann wird das schiff aufrüsten können später davon gehe ich aus dass man durch die lava auch kann oder hier vielleicht durch da passiert nichts da kommen auch nicht durch und ich möchte das jetzt hier unter tage auch nicht riskieren da war der hafen der ursprungsort guck mal hier kommen aber vorbei was war das für ein geräusch was ist das kupfertal ladestelle ist von einem drillchip besetzt ok alles klar also wir können nicht auftauchen wenn die gegner da ihre schiffe haben so weit so gut was ist hier hier ist nix schacht zwischen ebene 1 und 2 da ist auch nichts was ist hier felsenküste da war die mine da waren wir schon ich bleib mal hier stehen nein wollte nicht auftauchen so und ich will mich erstmal jetzt umschauen was wir hier noch alles haben denn ich habe ja auch einiges in der tasche bergmannskopf beschädigter kopf kann für forschung verwendet werden um daten für neue technologien zu erwerben der hier auch sperrkopf daten für neue technologien erwerben hatte ich nicht hier noch so eine maschine pistolen hier dient zur erforschung von informationen dient zur erforschung von informationen zeigt den status folgender drillchip elemente kernenergie und rumpf so und der wurde dann angezeigt wenn ich das hier machen ja genau man sollte vielleicht auf der anderen seite auch noch eine tür machen kann ich den jetzt einfach hier vorsetzen sodass die mitteltür frei bleibt ich weiß es nicht ich würde lieber gerne eine seite setzen aber hier unten eine ansicht zu haben wäre schon nicht schlecht ne hier ist noch so viel platz ich setze den hierher ok kernplätze 0 von 100 energie 387 von 400 bilanz plus 5s was heißt jetzt bilanz nein kann ich da irgendwas anklicken nee menü achso ok drillchip segment ein längeres drillchip benötigt eine stärkere dampfturbine segmente können nur unterirdisch hinzugefügt werden dampfturbine drillchip kern 1 dampfturbine stufe 1 das sind die die ich habe oder wie aufwertungen die kann ich wahrscheinlich hier irgendwo herstellen auch ne modul pistolenturmodul gerät struktur gerät gucken wir erstmal was wir hier haben das haben wir die werkbank raffineriewerkbank haben wir forschungswerkbank haben wir nicht eine kupferschraube eine kupferplatte eine kupferschraube eine kupferplatte hatten wir alles verbraucht ok ich habe hier die erze ohne ende aber die sachen nicht mehr naja gut ist ja jetzt kein thema kupferschraube und kupferplatte komponenten einmal kupferschraube einmal kupferplatte so und dann werkzeug ne gerät einmal kupferschrauben einmal kupferplatten null verfügbar achso ok er stellt das ja schon her so forschungswerkbank wo können wir die hinpacken wieder auf den gehen packe ich die auch nach oben also es wird schon relativ eng nach kurzer zeit den wieder weg aha blaupause für anfangsforschung blaupause für integriertes forschungsmodul technologie stufe 1 drillchaps drillchaps mit denen geheimnisvolle cocktail analysiert werden kann fünfmal schwefelpulver einmal konverter konverter haben wir schwefelpulver ach ähm ich hab das doch ich hab's hier ähm und oben in der kiste hatten wir da noch schwefelpulver ne aber hier haben wir die platten gehabt ok schwefelpulver das war hier oder jo einmal schwefelpulver einmal kohle dankeschön falsche seite schwefelpulver so mal schauen raffinerie 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 modul tier 1 also wir müssen die sachen auseinander bauen die da oben so alle sind hier zerstörtes raffinerie modul stufe 1 ok davon hatten wir doch was eingesammelt zerstörtes fertigungsmodul hier wir haben das wir haben das wir haben den konverter die köpfe habe ich im inventar wird in der aufbereitungsstation zu kupferbarren verarbeitet aufbereitungsstation da haben wir eine menge von hiermit komme ich mir nicht so ganz klar ist das jetzt blaupausen und sonstige aufwertung ich kann damit irgendwie nichts machen automatisches aufstellen werden nach herstellung automatisch aufgestellt module werden nach herstellung warum sind die nicht hier drin das frage ich mich gerade ich kann die nicht irgendwie verschieben rechte maustaste geht auch nicht das ding ist hier unten da kann ich aber auch nichts mit machen habe ich noch nicht ganz raus ja moin kippten raffineriewerkbank aufwerten jetzt müssen wir uns um die aufwertung der raffineriekapazität kümmern bei werkbänken musst du gegenstände manuell verschieben aber sobald du eine station hast werden alle gegenstände automatisch im inventar des drillchips verschoben zunächst müssen wir die startraffinerie blaupause erforschen haben wir getan um die aufwertung für die werkbank freizuschalten die aufwertungsschaltfläche ist bei der interaktion mit der werkbank unten rechts aufwerten achso den kann ich jetzt machen weil ich das gerade eingesteckt habe das ding kann ich machen ach guck an blaupause für anfangs raffinerie blaupause für integrierte raffinerie stufe einschaltet die herstellung von drillchips raffinerie modulen frei die erze effizient aufbereiten ja ich würde sagen wir haben einiges zu tun gut dann erforschen wir erstmal was wir haben kann ich da auch das auch in die warte schreibe setzen stange 1 zerstörtes forschungsmodul forschungs daten stufe 1 kann ich alle aufwerten naja aufwerten zwei kupferplatten benötigte blaupause für anfangs fertigung fehlt ach so okay das war das was der captain gerade sagte hier blaupause für anfangs raffinerie anfangs forschung anfangs fertigung die ne anfangs fertigung noch mal gucken anfangs fertigung genau okay gut dann machen wir die als nächstes forschungs daten stufe 1 und was können wir jetzt damit machen also erstmal das mit der anfangs fertigung anfangs fertigung eine pumpe und fünfmal schwefelpulver eine pumpe haben wir nicht also diese komponenten stellen dieses ding hierher so das habe ich jetzt im inventar forschungs daten forschungs daten stufe 1 und was mache ich jetzt damit ich gucke nochmal f1 barrenerze drill chip fertigungsgeräte sonstige geräte anzeige kleine anzeige zeigt den status folgender drill chip system ja haben wir sind verschiedene anzeigen ok kok altmaterial pumpe seltene komponente zur herstellung von standard fertigungsgeräten ok in sieben minuten der nächste ausbruch den warten wir unten mal noch ab ich hoffe man kann einfach hier unten bleiben seit dem auftauchen der cox bricht der vulkan auf adranos regelmäßig aus wir wissen nur wenig über die ausbrüche aber sie sind auf jeden fall tödlich niemand kann einen ausbruch an der oberfläche überleben du musst unbedingt mit dem drill chip abtauchen um zu überleben wenn das drill chip zu weit weg ist kannst du auch einen schutzbunker aufsuchen ok da war ich ja in der ersten folge also sonnepumpe habe ich nicht zufällig im inventar forschungstechnologie ich verstehe gerade nicht was ich jetzt mit dem hergestellten ding machen kann oder fehlt da noch eine maschine ähm gerät ach stationsweite forschung großstation ist eine automatisierte station zur gegenstandsfertigung ok wie ist das jetzt freigeschaltet worden weil wir das erforscht haben wahrscheinlich ne und vielleicht brauche ich dafür dann die teile und das ist forschungsstation legt fertigungsaufträge für alle forschungsmodule fest zur gleichzeitigen ausführung von aufträgen müssen mehrere stationen erbaut werden stationsweite forschung forschungswerkbank einmal kupferrohr und einmal schwefelpulver Kupferrohr Kupferrohr hatten wir oben noch einmal kupferrohr und schwefelpulver müssen wir einmal herstellen ok so langsam wird ein schuh draus ne ich hatte jetzt irgendwas erforscht und dadurch können wir die jetzt bauen und jetzt wird es so langsam schon eng im Schub hier ok dankeschön so ja dann stelle ich die ja auch oben hin hm kann das Periskop woanders hin ok das kann ich hinstellen wo ich will das ist ja gar nicht schlecht stellen wir den mal da hin erstmal kurz ja ok und äh jetzt stellen wir diese forschungsstation her stationsweite forschung großstation ist eine automatisierte station zur gegenstandsfertigung einmal kupferrohr einmal schwefelpulver einmal kohle automatisiert hört sich erstmal gut an zieht die die holt sich dann die sachen glaube ich hatten wir gerade gelesen die holt sich die sachen dann aus dem Inventar oder aber wofür braucht man die dann noch forschungsstation legt fertigungsaufträge für alle forschungsmodule fest legt aufträge fest ach das ist nur um das in auftrag zu geben oder wie und das forscht das dann könnte sein ne so naja gut geht ja so groß ist die jetzt auch nicht heißt die packe ich mal hier hin so was haben wir jetzt hier nix nix ein aus ok hier kann ich jetzt nix anklicken ich kann die an und aus machen vulkan bricht aus ich mach die mal aus und dann stellen wir mal noch die hier her einmal kupferrohr einmal schwefelpulver Kupferrohr Kupferrohr hatten wir wieder oben noch einmal so stellen wir die noch daneben falls sie passt zur gleichzeitigen ausführung von aufträgen müssen mehrere stationen erbaut werden Energie minus eins pro sekunde wir brauchen dann wahrscheinlich auch mehr power alles gar nicht so easy ok die ist jetzt tatsächlich nicht so groß ich stelle die mal daneben so an aus menü plus minus ach so ok blaupause für standardforschung da steht jetzt benötige auf für anfangsforschung installiert ok das ist jetzt blaupause für standardforschung zweimal sensoren zweimal forschungsdaten stufe 2 ah ok forschungsdaten das war doch forschungsdaten stufe 1 warum geht das ding eigentlich immer los wenn wir doch unten sind das kommt einfach immer nur der sound ne ok der ist von oben so gut also 5 mal schwefelpulver blaupause für einfache sprengstoffe schaltet die herstellung von granaten und besserer munition frei dann ne nehm die mal wieder raus ein konverter 5 mal schwefelpulver die können wir auch machen Dülschipforschungsmodul mit dem geheimnisvolle Cock die können wir machen Schredder haben wir nicht Pumpe haben wir auch nicht wir können die machen und die und dafür brauchen wir 5 mal schwefelpulver 10 mal schwefelpulver und einen konverter bräuchten wir dafür keine ahnung ob das jetzt von der reihenfolge her so sinnvoll ist 4 verfügbar schwefel erz 5 mal schwefelpulver und einen konverter die haben wir aber weggegeben ne doch den haben wir noch einen konverter haben wir auch noch ok ich denke jedes mal das ist hier kein material vorhanden an aus und wofür der jetzt hier ist weiß ich auch noch nicht so ganz also es ist schon interessant man muss erst mal irgendwie herausfinden wofür unter der erde bleiben bleibe mit dem drill chip unter der erde bis der vulkanausbruch vorbei ist mit dem periskop kannst du sehen ja haben wir ja kupferrohre herstellen wir sollen drei stück herstellen naja können wir eigentlich auch mal alles abarbeiten na was jetzt los schwefelpulver 0 verfügbar wieso ich hab doch schwefelpulver 5 hier kann ich nichts machen ach so es ist doch das gleiche warte mal dann wie kann ich die jetzt wieder abbauen menü weg schraubenschlüssel abbauen und von mir aus so und jetzt du hier schwefelpulver 0 verfügbar weil ich habe das bei mir drin oder muss das hier rein jetzt fängt das ding an ja sehr schön deswegen die automatische geschichte alles klar okay so den machen er braucht noch mal schwefelpulver also machen wir noch mal schwefelpulver nochmal schwefelpulver okay gut automatische station sehr gut so langsam kriegen wir das die komplizierte sache kriegen wir zum laufen aber jetzt die politik das macht mich fertig ein türmodul könnte ich hier einbauen aber was nutzt mir jetzt das türmodul ich habe doch gar keine wände ne struktur ich habe nur eine leiter und kupfer boden panzerbrechende revolver munition eisenpatronen hülsen herstellen eisenpatronen hülsen habe ich doch irgendwo schon gesehen da ne kupferpatronen hülsen okay der hat hier oben aufgehört kein material vorhanden konverter achso den habe ich wieder bei mir drin und der muss hier rein ja jetzt liegt er wieder los interessant wo hat er denn jetzt die erste blaupause einfache sprengstoffe die haben wir doch gerade hergestellt oder das war doch die erste die er hergestellt hat aufgaben lernen fachraum achso okay das ist gut da kann man automatisch dahin ist er jetzt hier drin ja guck hier blaupause einfache sprengstoffe blaupause für anfangsforschung ist das begrenzt hier haben wir nur acht stück oder zehn stück blaupause für einfache sprengstoffe ist panzerbrechende revolver munition ich wüsste jetzt nicht dass ich sprengstoffe herstellen kann hier ist auch kein neues gerät hinzugekommen hier wahrscheinlich hier ist schwarz pulver also ich habe noch nicht verstanden wie ich die blaupausen einsetzen kann das ding macht fertigungsstufe eins jeweils immer okay und wir brauchen teilweise zur erforschung neuer blaupausen brauchen wir diese fertigungsdaten das habe ich verstanden raffinerie technologie macht auch raffinerie daten fertigen fertigungsstufe 1 habe ich auch verstanden und forschungstechnologie macht stufe 2 für forschung okay und die stellen wir jeweils aus den einzelteilen her alles soweit klar und hier sind die blaupausen die erforscht er gerade und im frachtraum sind die hier drin ich kann die irgendwie anklicken ich weiß aber nicht was ich damit machen soll schaltet die herstellung von granaten und besserer munition frei aber wo hat er die jetzt freigeschaltet und das ist im prinzip auch das gleiche ist das ding könnte ich eigentlich auch wieder abbauen forschungswerkbank das ist doch das gleiche ich kann doch hier das auch alles machen stationsweite forschung das genau das gleiche das heißt ich kann das ding im prinzip auch wieder abbauen kann man die auch zerlegen wenn die hier drin sind kann ich nichts damit machen aber es ist erstmal aus dem weg okay so fertiggestellt die wird jetzt auch wieder unten im haupt lager sein genau wieso ist die jetzt hier und nicht hier ach die ist schon da habe ich jetzt zweimal gemacht das bringt mir jetzt nichts ne zerstören alles ablegen stapeln sortierfunktion hier mit dem stapeln schon mal sehr gut die kann ich jetzt aber nicht zerstören dampfturbine okay also ich muss mich noch damit befassen aber ich denke mal die sachen die wir hier freischalten werden dann eben einfach aktiviert im baumenü und hier könnte ich schon die zweite stufe freischalten dafür brauche ich zweimal forschungsdaten stufe zwei und die würde ich hier bekommen mit diesen teilen die ich mir irgendwo oben äh zerstörtes forschungsmodul stufe zwei das sind die ganzen teile die ich oben irgendwie bekomme wahrscheinlich von den anderen schiffen muss ich mir die klauen okay so funktioniert das ganze und dann gehe ich davon aus dass es einfach freigeschaltet wird und man die sachen entweder hier an der werkbank bauen kann guck mal munition für schrotflintenturm war der gerade schon da der ist neu und das ist neu auf jeden fall ob das jetzt diese sprengstoff geschichten sind weiß ich nicht das ist auf jeden fall neu so weit so gut hier habe ich direkt schon ersatz spray werkzeug handgranate ach siehste das war diese explosions geschichte aufwertung hier die blaupause einmal kupferrohr einmal kupferschraube löst explosion aus höchster schaden im epizentrum damit können wir schiffe und so kaputt machen eine kupferrohre kupferschrauben kupferrohre kupferschrauben kupferrohre kupferschrauben zweimal schwarzpulver schwarzpulver braucht man auch eine menge schwefel erz 0 verfügbar krass haben wir alles verbraucht okay interessant es gibt eine menge zu tun definitiv hier ist auch kein schwefel erz mehr drin der vulkan ist aber gerade ausgebrochen und wir sind ja immer noch unten das heißt ich müsste eigentlich doch durch die gegend fahren können ja und dann ist das ganze zeug wieder da kupfer brauche ich im prinzip gar nicht weil davon habe ich tonnenweise im moment hier sind auch immer die beiden gleichen sachen die man einsammeln kann für die weitere forschung okay es ist also es respawn auch immer das gleiche ich bräuchte jetzt schwefel erz war das überhaupt unten oder nur oben da auf der anderen seite ist es da war auch was kohle kohle haben wir glaube ich noch eine menge achso und wie fülle ich eigentlich hier die den tank auf kohle nah aha okay ich werde einfach mal hier noch ein bisschen sammeln ich glaube die grundlegende forschung habe ich jetzt verstanden und dann sehen wir uns in der nächsten folge wenn es dir gefallen hat das bitte sehr gerne ein like da sehr gerne auch ein abo mit aktivierter glocke denn damit unterstützt du meinen jungen kanal wirklich sehr vielen dank fürs zuschauen bis dann ciao ciao b b b b b b Vielen Dank.